ARD Text im Auftrag von Funk Apropos Buch. Ich habe vor dem Buch bestellt. Noch ist es vorbestellt, was kommt erst in einer Woche raus? Ich dachte, es wäre schon längst draußen. Nö. Es wurde anscheinend verschoben. Keine Ahnung. Aber darauf freue ich mich schon, dass es letztes Jahr verkündet wurde, dass es rauskommt. Von daher. Außerdem bekomme ich Goodies dafür. Nee, ich habe nicht das Wort genommen, weil ich die Goodies dafür kriege. Ich habe mich erst für die Goodies angemeldet. Weil Fleisch macht und so. Zum Release Day. Und dann habe ich ein Buch auch gleich bestellt. Also nicht bei den Autoren, sondern eben... Habe ich das schon gesagt? Ich habe das schon gesagt, oder? Ich bin voll durch. Ich bin voll durch. Ich bin voll durch. Ich bin voll durch. Malu. Wie ist denn dein Bett? Hallo Elise. Falsch. Hi. Wer bist du wirklich? Ähm. Was habe ich denn? Den muss ich vergessen. Ich habe die Hubsauger geschmissen. Irgendwas flog da gerade. Ah, ich weiß, mein Foto. Ähm. Alles. Aber sobald das durch ist, oder ich Luft habe zwischen den Kapiteln, weil das nächste... Ähm. Genau. Soviel dazu. Alle, die halt, ähm, ich muss mal kurz gähn, höhle ich das erste Mal in diesem Video. In dem bisherigen Abstimmungen mit Sarah, ähm, die zu... Aufgeschnibbelt. Halb aufgeschnibbelt. Hallo ihr Leseratten und herzlich willkommen zu meinem ... nein, nicht Lesemonat. Außerdem will ich gar nicht mehr Hallo sagen. Ich weiß nicht, da kommt die Tür geht auf. Warum geht denn jetzt die Tür auf? Oh mein Gott. Ich habe Pause. Jetzt bin ich raus.